Ich bin Tony Stark. Bau cooles Zeugs. Hab ne tolle Freundin. Und hin und wieder rette ich die Welt. Warum also kann ich nicht schlafen? Sie haben mich nur aus einem Grund gewählt. Dass ich dieses Land um jeden Preis verteidige. Der Mandarin muss aufgehalten werden. Sie wissen nicht, wer ich bin. Sie werden mich nie kommen sehen. Was werden Sie gegen diese Angriffe unternehmen? Die ganze Welt wird Zeuge sein. Die Frage ist, wo bleibt Tony Stark? Die Dinge haben sich geändert. Ich muss das beschützen, ohne dass ich niemals leben könnte. Nämlich dich. Mr. Stark. Heute ist der erste Tag vom Rest ihres Lebens. Lauf! Ich stelle Sie vor die Wahrheit. Wollen Sie ein sinnloses Leben? Oder einen bedeutungsvollen Tod? Sie sind kein Mensch. Sie sind nur ein Wahnsinniger. Ich hab keine Angst vor Ihnen. Hier geht's nicht um Politik. Sondern einfach um die gute alte Rache. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Dann besorg uns welche. Da sind ja meine Jungs. Scheibung. Ja. Joab. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr.